Was geht meine Freunde? Willkommen zu Secret of Mana 2. So hat auch der letzte Fall angefangen, ne? Glaube ich. Junge, was machst du? Nichts. Ja, wir müssen uns leveln auf Level 18, dann können wir uns, glaube ich, verwandeln. Und Intelligenz müssten wir gar nicht machen, glaube ich. Nee, also... Also ich dachte eigentlich immer Intelligenz, weil ich... Ja, aber ich bin noch Level 18. Ja, dann kannst du es scheinbar jetzt machen, glaube ich. Aber warte. Du warst aber Level 17, als wir zum Stein gegangen sind, ne? Das heißt, wir müssen dann wieder dahin. Eismünze. Na gut, also wenn wir alle level 18 sind, dann gehen wir dahin auf jeden Fall. Wir gehen jetzt versuchen trotzdem mal dahin zu gehen. Wenn der Weg noch weiß, wäre das gut. Und ich glaube, dann können wir auch in das Schloss da rein. Glaube ich zumindest. Jetzt muss ich glaube, können wir noch abkratzen, komm. Ja, super. Junge. Ich bin mal gespannt, wie viel Geld wir haben. Warte mal, wir gehen mal Y. Ich glaube, da kann man auch sehen, wie viel Geld man hat. Wo steht denn das? Ah, guck mal, nicht mehr viel. 406 noch. So, Geld. 11.000! Wir haben 11.000 feiert. Oh, das ist viel. Das ist viel. Junge, dieses Kraftwasser geht mir auf den Sack. So, Dieb, machst du einfach jetzt Agilität oder so. Genau. So, wo lang ging es jetzt zum Stein? Nach links, glaube ich, oder? Nein, hä? Nach oben und links. Ja. Ja. Ah. Also, ich glaube, ja, auf jeden Fall, wenn wir mal gelevelt sind, dann geht es hier richtig weiter. Und es wird geil, dann können wir uns... Ah, ich bin auch gelevelt, ja, nice. So, äh... Geist, machen wir mal. So, jetzt müssen wir nur den Mana-Stein finden. Wo der auch immer war, Alter. Dem will ich machen. Der müssen noch alle machen. Feier, du stirbst auch gleich. Oh, das ist mal eine Schokolade. Ich glaube, ich habe auch gleich. Junge, die Nerven, Alter. Hört ihr mal aufhören, die Uhrenzöne. Warum dürfen die, dürfen wir das aber die nicht. Weil wir keine Magie haben. Egal, lass sie doch nur. Sind auch nur Flüster. Verpiss dich schnell, geh. Geh, geh, geh. Tschüss. So, einfach nach oben. Tschüss. Junge, warum hänge ich immer? So, weg, so. Hä? Hä? Müssen wir nach unten lang, oder was? Ich glaube, nach unten musst du mal. Wer? Klaus, oder? Mann! Ja! Junge, könnt ihr euch mal verpissen? Lauf! Da will ihn dir. Ah, hier muss mal lang. Ey, Mann! Feier! Warum nicht Klaus? Weil du genauso wenig Leben hast. Und Klaus auch nicht, Mann. Klaaah! Ich will auch nicht viel Leben. Aber keine Schokolade mehr. Das wird jetzt reichen. Ich glaube, in der Nähe, es war ja auch ein gold... So eine goldene Statue. Ja. So, der soll jetzt auch noch sterben, dieses Kack-See-Pferdchen, Alter. Lass die See-Pferde in Ruhe. Mag so See-Pferdchen. Ich habe ein See-Pferdchen gemacht. Ach, wirklich? Beim Schwimmen. Und drogens habe ich auch. Ich habe Silber, glaube ich sogar. Ja, nö. Ich habe mich nie getraut, vom Dreier zu springen. Damals. Ich habe es heute auch noch nicht vor. Von Dreier. Höhenangst. Junge, Dreier ist doch keine Höhenangst, Alter. What the fuck? Boah, fünf war oder so. Das war bei uns. Dann musst du mal runterspringen, sagst du. Höhenangst. Dreier. Höhenangst. Halts zum Maul, Alter. Nur. Oh, so. Ich bin als erstes da, heißt ich mache den jetzt. Haha. Hä? Hä? Haha. Hahaha. So, wenn das jetzt nicht geht, Alter. Das muss gehen. Ja, du kannst. Mönch oder Schläger. Nimm Schläger, oder? Oder willst du Mönch? Geil, oder? Ja! Guck wie du aussiehst. Feiertransformiert von einem Ringer in einen Schläger. Ja! Jetzt bin ich mal dran. Und das ist jetzt richtig geil, oder? Jetzt haben wir richtige Fähigkeiten. Los geht's! Zähne deine Stube! Ritter! Von einem Kämpfer in einem Ritter. Jetzt kommt Klaus! So, du kannst dann... Du kannst dann noch mal deine nächste Stufe dann irgendwann sehen. So. Der wird jetzt zum Ninja, Alter. Das heißt, Intelligenz muss man gar nicht machen. Das ist einfach nur... Ja, muss man ein bestimmtes Level erreichen. Ich dachte, ich dachte immer Intelligenz, weil der Stand ja konzentriert die Stärke, die ganze Zeit, Alter. Der hat sich ja gar nicht fast verändert, Alter. So. Jetzt kann man nämlich, glaube ich, sehen, was wir so viele Fähigkeiten haben, glaube ich. Magic. Ich habe jetzt dreistufiger Schnitt. Und an sich hier Paladin oder Lord. HALT! 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 Was ist bei dir? Der wird schon Todesand. Todesand ist Weltklasse bestimmt. Ist nicht Todesand. Hast du Magic eigentlich? Du hast Mondwasserschnitt. Und der Silhouettenschnitt. Was kann der ja noch werden? Kann Schuriken Magie benutzen. Ja, brauchen wir so Magie und so. Der kann Ninja-Meister. Ja, Ninja-Meister, mach mal den. Ja, super. Was brauchen wir jetzt? Warte mal, lass mal kurz nochmal hier hingehen. Nein, das kannst du nicht. Wir machen das nochmal. Ja, das bringt doch nichts, Mann. Doch. Warte, du... Warte, du... Willst du nicht lieber deine neuen Fähigkeiten jetzt mal im Kampf probieren? Ich werde gerade kurz abgerufen, warte mal. Junge, drück doch A! So, du siehst jetzt hier... Ja, Fire ist bestimmt gemutet, Mann. Ja, Fire ist bestimmt gemutet, Mann. Was machst du? Oh! Jo! Ich bin an Derronnieren, Mann! Ja! Warte, du siehst ja hier jetzt... so einen... Balken, ne? der kann jetzt so gelb werden guck jetzt kannst du so eine fähigkeit dann machen wird jetzt auch man ist das professionelle mein gruppe hat mich gefragt ob er bock hat ob ich doch jetzt mehr solche balken ja genau wenn die dann gelb aufgeladen sind kannst du eine mega special attacke machen soll ich will meine mega special attacke sehen kannst du doch nicht so machen guck hat er die gemacht jetzt oder so man muss dann nach oben jetzt na ja lass mich aber erst mal ja das kannst du hier nicht machen wir sind viel zu wenig gegner und die sind viel zu schwach inzwischen ist auch schwach geworden aber jetzt verpüßt ich werde ich nette spacken junge äh der typ regt mich auf jedes mal geht er auf mich dieser loser alter lauf 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 durch die lampe nicht gehe auch so altena königrechte magie jetzt müsstest du aufgehende schloss durch schon auch unten so jetzt musste man irgendwie hallo kann es nicht jetzt hoch vielleicht braucht man nicht viel vielleicht jetzt nachts ich weiß es nicht meine einzige lösung und das muss ja weitergehen so also leute das war's ich checke es nicht was muss man jetzt hier machen muss man da jetzt großartig machen was soll ich da jetzt machen ja müssen wir nachgucken wir müssen jetzt auch so warte so freunde weiter geht's genau also er muss wieder zurück das heißt hier nicht nicht hier entlagen sondern ganz zurück das machen wir jetzt auch heißt wir rufen jetzt das text wie ich wieder ja ja wir müssen aber jetzt erstmal ganz zurück wieder laufen das schaffen wir schon mann das ist so ewig aber egal wir haben jetzt unsere neue fähigkeit ich will dich jetzt sehen komm nein hör auf hör auf mach nix joa jetzt 156 schaden constitu ich würde es main zählen ich gleich nichts an mach du jetzt junge hier schaut hook six helft mir der tötet mich sonst muss ich auch zu schlagen so jetzt hast du gleich deine fähigkeit man kann aber warum bin ich ja so ein klaus alter hat ich hoffe dann kann so mach jetzt schon kann ich einmal als heute machen mach mach junge klaus macht das nicht nur ein steuerklaus ja und dann steuert automatisch mich du idiot ein computer ist es trotzdem mein klaus er macht jetzt schnell du musst schnell hier machen gleich jetzt kannst du machen meinen anderen gegner geht es runter zu dem gegner da unten hallo der soll laufen macht meiner gerade auch nett bastard wurf hättest du hast ein bastard wurf gemacht ich habe zusammen eine kombo gemacht bastard wurf habt ihr gemacht wir haben dir ein wurf gewidmet hier waren wir schon mal ja so hallo und herzlich willkommen zurück willkommen zu einem weiteren part wieder mal hier fünf minuten wir müssen jetzt beenden lassen wir zusammen eine kombo machen feuer du hast ja nicht genug du aber du und klaus ja hier können nicht locker meine fähigkeiten ja mach ja hallo kommt auch meine ne ich hab den bastard wurf so gesehen als kombo ne ich hab den bastard wurf so gesehen als kombo stimmt stimmt fuck bin tot mach mich mach nichts mach nichts so ich kämpfe jetzt weiter als klaus aber ich will jetzt mal hat auch nicht mehr viel leben du kannst jetzt ein bastard wurf machen mach 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 hast du irgendwas anderes gedrückt jetzt ist ein andere kombo gemacht so jetzt muss ich mich okay wir haben keine schokolade mehr scheinbar hier Und wir müssen auch noch auffüllen So, Schokolade hier Zack Warte, Lebenswasser noch Was macht die Weso-Virus-Statue? Macht Feuerschaden Geil Also wir können auch den Gegner das dann machen Aber das machen wir bei einem Bossgegner immer Sonst wäre es ja verschwendet Obwohl der Final-Boss bestimmt voll asozial Ja, wenn du dann zwei Fähigkeiten hast LOL Komm her Der ist tot auf jeden Fall Schläger Du kannst Stärke machen Brauchst keine Intelligenz Lass mal jetzt mal nur Stärke machen Nee, nur Stärke ist auch behindert Komm, Agilität brauchst du auch Dann bist du schneller unterwegs So Dann bist du schneller Ich dachte Intelligenz wäre übelst wichtig Aber das ist ja scheinbar gar nicht so wichtig Also Leute machen nicht denselben Fehler wie ich Sondern macht einfach das, was ihr wollt Mit Level 18 könnt ihr es euch Verbessern LOL Das ist viel cooler mit solchen Fähigkeiten Wir sehen eigentlich auch voll cool aus Richtig übermächtig Die werden dann ja noch cooler aussehen Ich weiß ja gar nicht welches Level man da sein muss Ninja Den kannst du auch die Stärke geben Guck mal Agilität ist bei den Sau gut eigentlich Was meinst du, wie viele Parts wird es noch geben So, wie lange geht das Spiel noch Locker noch voll lang Ja Wir müssen ja noch drei Mana Steine finden Jetzt auf jeden Fall Ja, geht aber nicht, wenn wir da auf keiner Insel können Oder wenn da ein Scheißdrechtspflanze-Wilch ist Ja, die geht ja irgendwann weg Ist ja klar oder nicht Wir dürfen da noch nicht hin So Ähm Genau, wir wollten Ich wollte jetzt ein paar Bummungs kaufen Weil wir jetzt genug Geld haben 15.470 Ach ja Ach ja, ach ja Wir kaufen jetzt hier auf jeden Fall viele Bonbons Sind ja immer wichtig Schokoladekorb ist auch noch voll viel Ich weiß auch gar nicht, ob sie jetzt irgendwelche neuen Schwerter haben Meinst du, die haben jetzt irgendwelche neuen Schwerter hier? Nee, ne? Wir mussten mal so in die Taste So ganz schnell spammen So So Gucken, ob es schneller geht Nee, es geht halt nicht schneller Ich finde es auch ein bisschen dumm, dass man hier nicht einfach So eine Menge Äh So bestimmen kann, weißt du? Man kann halt nicht alles, ja Hast du verstanden? Oder kann man das vielleicht? Nee, kann man nicht Zumindest weiß ich nicht wie So, reicht, reicht Ach man, du bist so ein Arsch Ich habe so viel Geld, ey Lecker, ne? Ich kaufe mich runter bis 13.000 ungefähr Mit Schokolade? Nee, 14.000 Mit Schokolade und dann noch Müssen wir noch Lebenswasser holen Genauso viel brauchen wir auch noch Na, ist ja schon klar Das wird noch schwieriger Wobei auf 12.000 mit Lebenswasser noch Je mehr wir haben, desto besser, oder nicht? Finde ich So viel Geld brauchen wir jetzt auch nicht für Waffen oder so Reicht jetzt erstmal Hat er was Neues jetzt, der Typ? Goldener Schild Was bringt das goldene Schild? Sieht halt cooler aus Hat er jetzt einfach mal gekauft Vielleicht macht das irgendeine Magie oder so Keine Ahnung Ah, hier Aha Guck mal, ich habe jetzt 23 20 Mehr Ausweiche Okay, das ist doch cool, ne? Vielleicht können wir ja auch Einen goldenen Schild haben Vielleicht musst du ja dann Einkaufen Und dann könnt ihr auch irgendwas holen Warte, warte Ich guck mal Loll Guck mal Geil Warte mal Warte mal Ich will mal gucken, ob Klaus auch sowas machen kann Ja, okay, mach mal Ne, das ist nicht für dich Nein, mach nix Ist nicht für dich Okay, das heißt, der hat nix weiter Okay Ist also nur für mich Ja, immer du, ne? Amt der, du, Stayser-Mittelpunkt, wa? Wärst du stolz auf dich? Vielleicht hast du aber auch ne spezielle Waffe, du Idiot Jetzt gleich läufst du da mit so ner Sensor rum Okay, nee Ja, Hauptsache du stehst im Mittelpunkt, wa? Kleiner Bastard Das Bastard-Schwert gehört dir Weil du ein Bastard bist Warte mal, wir haben noch Samen hier So Schau zu, dass du dich verpisst Weil ich Oh, ich zeig da was arrogant ist Junge, das goldene Schild ist ja wild, klasse So, dann gehen wir pennen, oder? Ja, guck mal, voll viel Aber trotzdem Machen wir mal Warum fern die sich nur auf die Haare? So Leute, das war's Das war's Tschüss 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 Tschüss